Heute und die letzten Tage war es sehr frisch bei uns, es hat geregnet, geschnallt und eine kühle Brise ist auch nochmal ab und zu mal hier durchgeweht. Minusgrade hat es auch ab und zu mal gehabt, aber das hat mich jetzt nicht davon abgehalten, meine Jungpflanzen jetzt zum Beispiel hier auf die Terrasse zu stellen oder auch die etwas wärmebedürftigeren Pflanzen von der Wohnung ins Gewächshaus zu bringen. Das ist für mich einen speziellen Grund und warum ich mir den ganzen Aufwand mache, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal, es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und den ganzen Aufwand, warum ich jeden Tag so ungefähr eine Stunde bis eineinhalb Stunden die Kisten bzw. meine Jungpflanzen raus und wieder ins Haus reintrage, mit der Hilfe von meinen Eltern auch zum Beispiel, hat einfach folgenden Grund, dass sich jetzt die Jungpflanzen einerseits jetzt erstmal an die Kühle gewöhnen sollen, also zum Beispiel jetzt die ganzen Jungpflanzen hier auf der Terrasse, der ganze Salat, Kohlrabi und Rote Beete, die kann man jetzt auch schon zum Beispiel ins Hochbitt rauspflanzen und die sollen sich einfach auf einigermaßen kühlere Temperaturen noch vorbereiten. Es kann ja passieren, dass zum Beispiel im April oder im Mai dann nochmal kühlere Temperaturen kommen, auch Minusgrade, dass die Pflanzen da ein bisschen robuster und kräftiger sind und diese Kälte auch dann schon gewöhnt sind und diese auch überstehen, die bilden dann auch dementsprechende Wurzeln, zum Beispiel auch in den Jungpflanzenstadien, die wachsen dann nicht so schnell heran, bilden mehr kräftige Wurzeln und gehen dann über ins oberirdische Wachstum. Außerdem ist jetzt zum Beispiel in der Wohnung ist es ein bisschen dunkel und hier haben sie ab und zu mal Sonnenschein und es ist sowieso hier heller, das heißt es ist kühl, es ist hell und das verändert auch dementsprechend einen Geilwuchs, das heißt mehr oder weniger kräftige Pflanzen entstehen halt auch dadurch. Im Gewächshaus so ziemlich dasselbe Prinzip, wo jetzt meine ganzen Auberginen, Paprikas, Chilis, Tomaten, Ingwer, Süßkartoffeln und Kurkuma, ich glaube noch ein paar weitere Pflanzen wie zum Beispiel meine usbekischen Trauben, die stehen halt im Gewächshaus auch wieder dasselbe Prinzip, die haben es natürlich ein bisschen wärmer, wenn da mal die Sonne reinknallt, dann sind sie ungefähr 25 Grad, soll ja auch dementsprechend gut passen und das andere ist halt warum ich die jetzt schon auch im Februar, ich mache das schon seit einem Monat, was ich sie immer rein und raus trage ist, die gewöhnt dann schon schneller an die Sonne beziehungsweise sie bekommen weniger Sonnenbrand, also wenn man jetzt zum Beispiel seine Pflanzen zwei oder drei Monate lang im Haus drin stehen hat und dann möchte man sie raus in die Sonne stellen, dann muss man halt auch aufpassen, es passiert zum Beispiel, wenn man exotische Früchte wie Avocados aus dem Kern gezogen hat, die über den Winter drin hat und dann möchte man sie wieder raus stellen, dann bekommen sie so Sonnenbrand, also so weiße Flecken, das heißt, dass die Pflanzen beziehungsweise die Blätter sich noch nicht an die intensive Sonne gewöhnt haben und das ist halt ein Grund, warum ich die jetzt schon rausgestellt habe, da war die Sonne nicht ganz so intensiv, haben sich jetzt schon langsam gewöhnt, bilden neue kräftige Blätter und das ist auch ein Grund, warum ich das hier auch alles mache. Das Heraus- und Hereintragen der Kisten und der Jungpflanzen hilft mir auch zum Beispiel die Pflanzen besser zu beobachten, also da kann ich zum Beispiel erkennen, ob irgendwelche Insekten oder kleine Tierchen an den Pflanzen, zum Beispiel Blattläuse, habe ich einige Probleme, meinen Auberginen, Paprika und Chilis, die streife ich dann immer ein bisschen ab, wenn es zu viele werden und so kann man immer ein bisschen den Überblick über seine Pflanzen auch individuell haben, wenn man jede Kiste einzeln trägt, hat man auch genug Zeit, sich die Pflanzen anzuschauen, haben sie gelbe Blätter, haben sie Wurzelschäden von zum Beispiel Trauermücken, ist mir auch schon passiert, muss ich sie pikieren, wie geht es ihnen eigentlich, müssen sie gegossen werden, solche Sachen kann man dann sich ganz einfach anschauen, die Pflanzen einfach individuell beobachten. Das ist dann auch sehr wichtig, um ein gewisses Feingefühl auch für die Pflanzen dann auch später zu bekommen und es entwickelt sich dann über die Jahre hinweg stetig weiter. Und sonst die letzten beiden Gründe, warum ich das auch mache, ist einerseits eine sehr gute körperliche Aktivität, das heißt, ich gehe zum Gewächshaus circa 10 bis 15 Meter immer hin und zurück, stapel natürlich dann auch ab und zu mal die Kisten und mit der ganzen Erde und wenn sie dann noch feucht sind, dann sind sie dann doch etwas schwerer, dann ist es dann doch in gewisser Weise auch ein Krafttraining für nebenbei, zum nebenbei, für nebenbei und sonst, wie gesagt, der rastet, der rostet, es ist dann einfach eine schöne Aktivität auch, um jung und fit und vital zu bleiben. Und das Letzte, warum ich das auch noch mache, ist, dass ich einfach mal ein bisschen abschalte, meine, ja, Gedanken loslasse, einfach mal, ja, abschalten und das kennen ja vielleicht viele, dass sie diese Affenklappe oder eine Monkey Mind haben, dass man da irgendwelche Gedanken im Kopf sich rumspinnt und keine Ahnung, was für irgendwelche Geschichten da rauskommen, wenn man überhaupt nicht im Moment ist und das hilft mir zum Beispiel sehr, im Moment zu bleiben, mich einfach um die Jungpflanzen zu kümmern, ist wirklich eine sehr schöne Sache. Das sind jetzt meine Gründe gewesen, warum ich meine Jungpflanzen jeden Tag rein und raus trage. Ab April machen sie ja sowieso die meisten auch schon mit ihren Paprikas, mit den Chilis oder Aubergine auch, das ist ja auch schon immer, je nachdem wie das Wetter ist, sie abhärten und dann ins Sonnenlicht gewöhnen. Ich habe euch hier nochmal so einige Gründe nochmal zusätzlich aufgezählt, warum man das auch machen kann. Und wenn euch das Video geholfen hat und euch natürlich auch gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und dabei auch auf die Glocke drücken, da werdet ihr immer wieder übernachrichtigt, wenn ihr ein neues Video hochladet. Und natürlich interessiert es mich auch, wie weit ihr jetzt zum Beispiel in der Jungpflanzenanzucht habt, was habt ihr schon alles ausgesät und tragt ihr auch schon eure Jungpflanzen, wenn ihr schon welche habt, raus und gewöhnt, und das lässt sich ein bisschen so an das Klima hier gewöhnen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao! Eine Popo, eine Popo, schöne Popo, aus dem Kern gezogen, war schon besser. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017